Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial auf meinem Kanal. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Thumbnail gesehen. Ganz genau, man braucht nicht TeamViewer oder Supremo, wenn man Windows 10 hat. Zumindest nicht, wenn man jetzt länger als 10 Minuten arbeiten muss. Es geht um eine eingebaute Funktion in Windows 10, die sich Remote Hilfe schimpft. Das ruft ihr auf, indem ihr Windows-Taste S drückt und dann ruft ihr RE auf und dann müsste es eigentlich hier vorgeschlagen werden. Auf jeden Fall sieht das Symbol so aus. Hier. Remote Hilfe. Das ist so ein blauer Bildschirm, so ein blauer Hintergrund mit zwei Bildschirm. Da klickt ihr drauf und zwar beide. Derjenige, der die Hilfe haben möchte und der, der die Hilfe geben möchte. So. Ihr klickt hier auf Unterstützung. Wenn ihr derjenige seid, der sich auf den anderen Rechner verbinden möchte, klickt ihr hier unten drauf auf Unterstützung gewähren. Zumindest, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Dann müsst ihr euch hier mit eurem Microsoft-Konto anmelden. Ich mache das jetzt mal ganz kurz auf einem anderen Bildschirm, dass ihr das nicht seht. Denn meine E-Mail-Adresse, ne? So. Ähm. Dann klickt ihr da auf Weiter. Und dann müsst ihr ein bisschen warten. Ähm. Genau. Dann müsst ihr ein bisschen warten. Und dann wird euch hier so ein, ähm. So. Genau. Dann wird euch hier so ein Code generiert. Ich mache das jetzt extra so halbwegs, damit ihr meine E-Mail-Adresse nicht vollständig seht. So. In meinem Fall ist dieser Code, ich prüfe es nochmal auf dem anderen Bildschirm nach. Ja. Der Code ist in meinem Fall 83788 0. Das heißt, ich muss jetzt zu dem, also derjenige, der die Unterstützung haben möchte, der muss diesen Code jetzt eingeben. Dafür habe ich mir hier meinen Laptop geholt. Ähm. So. Das heißt, ich brauche 8. Ich brauche 8. Also der muss in dem vorherigen Feld, wo Code von Assistent oder so steht, da muss er diesen eintragen. 837. 3 7. Ähm. So. 8 8 0. 8 8 0. Dann klickt derjenige, der diesen Code eingeben muss, auf Bildschirm freigeben. Als nächstes passiert folgendes. Moment mal kurz. So. Als nächstes wird, werden sich beide hier, wie ihr seht, anfangen zu verbinden. Hier klickt ihr auf Vollzugriff und auf Weiter. Ich muss jetzt immer hin und her wechseln mit Aufstehen und Nicht Aufstehen. Ähm. Derjenige, der seinen Bildschirm freigeben möchte, also derjenige, dem geholfen werden soll, der klickt hier unten, kriegt hier unten so eine Nachricht. Ähm. Abbrechen oder Zulassen. Das ist einfach nur mal die Bestätigung, dass derjenige sich halt verbinden darf. Hier klickt derjenige auf Zulassen. Dann machen beide weiter mit dem Verbinden. Das ist eine nette kleine Spielerei in Windows 10. Ihr seht, jetzt habe ich hier so ein großes, ich sag mal Fenster bekommen, das fast meinen ganzen Desktop widerspiegelt. Ich mach's jetzt mal größer. Hm. Ist aber nicht mein Desktop. Ist nämlich der Desktop von meinem Laptop, wie ihr hier an der kleineren Maus erkennen könnt. Dieses Teil hier oben, das minimiere ich jetzt mal. So. Und wir können zum Beispiel folgendes auf meinem Laptop tun. Wir können jetzt zum Beispiel folgendes machen. Wir sagen Neu und Texteditor. Den öffnen wir. Zum Beispiel. Und dann schreiben wir. Hm. Zum Beispiel jetzt. Wo ist das Problem? Problem. Problem. So. Und dann steht hier auf dem anderen Rechner, wo ist das Problem? Hey. Ich kann es euch jetzt leider nicht anders zeigen, aber ihr seht hier zwei Desktops von mir, okay? Da rechts mein Laptop, links nicht mein Laptop. Kann man das? Tatsache. Tatsache, man kann es so machen. Also hier seht ihr meinen Laptop-Bildschirm und da seht ihr meinen richtigen Bildschirm. Das sieht blöd aus. Deshalb mach ich's mal wieder so. Und jetzt könnt ihr halt für 10 Minuten maximal dem anderen helfen. Es ist wirklich rein zum Spielen nicht gedacht, sondern zu helfen. Und wenn diese 10 Minuten erreicht sind, dann wird das Programm automatisch die Verbindung trennen. Ihr müsst dann einen neuen Code generieren lassen, um diesen weiter nutzen zu können. Ich lösche jetzt diese Datei. Ein weiteres Mal. So. Und ja, das war's eigentlich so ziemlich. Hier nochmal der Unterschied. Rechts Laptop-Bildschirm, links nicht der Laptop-Bildschirm, sondern mein Hauptcomputer. Ähm, genau. Das ist ziemlich praktisch. Also, wenn ihr Windows 10 habt und gerade keinen Bock habt, euch Bloatware zu installieren, bzw. TeamViewer oder Supremo oder sonst was zu installieren, dann nutzt das. Wenn das halt länger als 10 Minuten dauert, müsst ihr euch halt immer wieder verbinden. Aber ich wollte dieses Tutorial machen, um einfach zu zeigen, Hey, es gibt eine in Windows 10 integrierte Funktion, die dasselbe wie TeamViewer und Supremo macht. Mhm. Zum Fernsteuern halt. Und das ist ziemlich unbekannt, warum auch immer. Aber es ist halt mega nützlich, finde ich. Mhm. Nachteil ist, es ist halt in Windows 10 integriert und man braucht Beilrechner mit Windows 10. Das ist halt der Nachteil und eben dieses Zeitlimit. Aber ich hoffe, euch hat dieses kleine Zeige-Tutorial-Video-Dings da gefallen. Werde jetzt wieder von meinem anderen Rechner disconnecten. Und schließen drücken, sowie schließen drücken. Bewertung will ich jetzt nicht abgeben. So. Ähm, genau. Ich sage bis zum nächsten Part. Ciao, Leute! Ich sage bis zum nächsten Mal. Ich sage bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.